Willkommen auf gutscheinrausch.de. Heute wollen wir euch die mobile Anwendung von hifiregler.de vorstellen. Das ist ein Online-Shop, in dem man zum Beispiel Fernseher, also TV-Geräte, Blu-ray-Geräte oder auch Lautsprecher kaufen kann. Und diese mobile Anwendung ist das Pendant zur Internetseite. Man kann also auch von unterwegs ganz gut einkaufen, man kann sich Sachen anschauen, in den Warenkorb legen und letztendlich auch wunderbar bestellen. Und das alles hier mobile in dieser Anwendung, was auch ziemlich gut gelungen ist und umgesetzt ist. Und schauen wir uns die Anwendung mal ein bisschen genauer an. Oben gibt es erstmal, wie man sieht, ein Design, was eigentlich komplett in den Farben auch von hifiregler.de hier umgesetzt wurde. Das ist ziemlich cool, denn dieses Blau-Weiß findet man so auch auf der Internetseite wieder und auch diese kleinen Verknüpfungen hier zum Beispiel bei Produkten der Lautsprecher ist ganz gut umgesetzt. Und oben bekommt man erstmal eine Liste mit gefuturten Artikeln, zum Beispiel Angeboten und so weiter. Aber ich empfehle euch eigentlich erstmal auf Produkte zu gehen und hier findet man dann auch von diesem großen Sortiment eingeteilt die einzelnen Produkte in Kategorien. Oben mit dabei ist zum Beispiel was 3D-TV-mäßig ist, aber es gibt hier zum Beispiel auch Plasma-TV und noch vieles, vieles mehr, wie ihr seht. Adapter, Kabel, CD ist mit dabei, Endstufen, also Lautsprecher ist hier schon eine ganz, ganz große Rolle. Und nehmen wir einfach mal irgendwas, THX-Lautsprecher, also für Theater sieht das Ganze wohl aus. Oh, hier ist ja schon mal ein schicker Subwoofer. So sieht dann eine sehr einzelne Produktseite aus. Also ihr seht schon preislich geht es auch ruhig mal in das höhere Niveau ein. Also es ist Qualität vom mittleren bis High-End-Bereich geboten, sage ich mal. Es gibt auch Sachen, die man sich vielleicht als normaler Privatmensch auch leisten kann, aber natürlich auch hier die sehr teuren Sachen. Man kann das hier auch einfach in den Warenkorb legen. Man kann hier zum Beispiel noch die Farbe wählen. Also es gibt jetzt so Anthrazit. Manchmal ist es halt möglich, da noch die Farbe zu wählen. Und unten gibt es nochmal ein paar Informationen, nochmal ein Foto mit dazu. Und insgesamt kann man hier jetzt auch ganz gut hin und her swipen. Hier seht ihr zum Beispiel auch was. Ein Front-Lautsprecher ist hier mit dabei. Und so kann man sich dann natürlich das Paket zusammenstellen, was man selber sucht. Man kann natürlich auch noch gleich weiterschauen mit den Kabeln und Adapter und hat dann eigentlich am Ende alles, was man braucht. Denn man bekommt hier wirklich fast alles, was man braucht. eigentlich sogar alles. Und das ist natürlich ziemlich cool, hier auch vom Mobil so einfach surfen zu können. Das ist alles angepasst hier an die Displayauflösung. Und es gibt noch ein paar mehr Möglichkeiten. Also falls man jetzt so im Einkaufssektor und nicht mehr im Recherche- und Suchsektor ist, kann man zum Beispiel hier scannen und schauen, wenn man einen Barcode hat, wie toll die Geräte im Online-Store sind. Man kann unter den Bestellungen schauen, wie weit die sind. Man kann sich den Warenkorb anschauen. Man kann aber auch den Shop anrufen oder auch eine Mail schreiben, um Fragen zu stellen. Es gibt rechtliche Verknüpfungen zum AGB oder zum Impressum. Und noch eine normale Stichwortsuche und sogar noch eine Verknüpfung zu Facebook. Obendrein gibt es hier unten nochmal so ein paar Tabs. Hier zum Beispiel zur Suche. Hier auch nochmal zum Warenkorb und zur Merkliste. Man kann auch hier noch einen Gutschein einlösen. Falls es zum Beispiel bei uns einen gibt, dann gibt es hier nochmal das Impressum angezeigt. Und im rechten Bereich geht es dann wirklich rein um die Zahlungsabwicklung. Da kann man sich mit seinen eigenen Daten anmelden, falls man bereits welche hat oder ganz einfach einen neuen Account erstellen. Und dann hier ganz einfach zur Kasse gehen und wunderbar funktioniert das alles mobil. Das ist auch eine ziemlich schöne Sache. Können wir euch auf jeden Fall empfehlen. Falls ihr da regelmäßig bestellt und auch mal unterwegs ein bisschen surfen wollt oder bestellen wollt, ist das hier auf jeden Fall die ideale Anwendung. Das war es von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.